Ralf Sievers ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Zurzeit ist er Trainer bei Teutonia Uelzen. Karriere Wie sein Bruder Jörg begann er seine Karriere beim niedersächsischen Verein SV Edelstorf im Landkreis Uelzen. Bis 1982 spielte Ralf Sievers beim Lüneburger Esker und führte diesen, zeitweise gemeinsam mit Reinhard Zubel, von der 5. in die 3. Liga. Von 1982 bis 1991 absolvierte der Abwehr- und Mittelfeldspieler 232 Spiele in der Fußball-Bundesliga für Eintracht Frankfurt und den FC Sankt Pauli, in denen er 10 Tore erzielte. Von 1991 bis 1993 absolvierte er für Sankt Pauli zudem 44 Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga. 1988 war das erfolgreichste Jahr seiner Karriere. Mit Frankfurt gewann er am 28. Mai den DFB-Pokal. 1988 im September gehörte er zum Aufgebot der deutschen Mannschaft, die bei den Olympischen Spielen in Seoul die Bronze-Medaille gewann. Obendrein schoss Sievers im Trikot der Frankfurter Eintracht im Achtelfinale des Europapokals. Der Pokalsieger gegen Zakaria Spur jeweils im Hin- und Rückspiel die beiden einzigen Europa-Cup-Tore seiner Laufbahn. Nach seinem Karriereende als Profi spielte er abschließend wieder beim LSK und schaffte dort erneut den Aufstieg in die 3. Liga. Nach einer kurzen Zeit bei der Lüneburger SV als Trainer übernahm Sievers als Trainer den LSK, der sich mittlerweile in der 5. Liga wiederfand und nach einer Insolvenz-Unfusion mit der Lüneburger SV in FC Hansa-Lüneburg umbenannt wurde. Im Januar 2011 übernahm er das Traineramt beim Oberligisten Teutonia Uelzen. 1981 wurde Ralf Sievers mit der deutschen U20 in Australien Junioren-Weltmeister neben Mitspielern wie Roland Wohlfahrt und Michael Zorc. Sein Bruder Jörg war als Torwart bei Hannover 96 aktiv und ist dort seit 2003 Torwart-Trainer. Den Start seiner Karriere hatte er genauso wie sein Bruder Ralf beim Lüneburger SK. Im September 2012 gerieten beide in die Schlagzeilen. Als Ralf seinen 46 Jahre alten Bruder Jörg reaktivierte und für seinen rot gesperrten Stammtorhüter in einem Landesliga-Punktspiel ins Tor stellte. Mit dieser Aktion aber den eigentlichen Ersatztorhüter Mauriz M. aus des Mannschaftskaders so verärgerte, dass dieser den Verein verließ. Im September 2015 erreichte er mit dem SV Ilmenau bei der deutschen Meisterschaft der RÜ 50 Altersklasse in Berlin hinter Arminia Bielefeld den zweiten Platz. Er wurde als bester Spieler ausgezeichnet. Privates. Er ist Bruder von Jörg Sievers. Sein Sohn Jan-André Sievers spielt beim VfB Lübeck in der Regionalliga Nord. Er ist Bruder von Jörg Sievers.